Applaus Applaus Kallo ula Applaus Kallo Nach 15-0 Fühlen leider nur noch ein knappes 6 zu 7. Und er liegt hier schon mit zwei Sätzen hinten, Alexander Fleming, der wird es langsam hin. Gerd Czoos coacht. Ein ehemaliger Mannschaftskollege in der ersten Tischtennis-Bundesliga von Michael Nienzinger. Einen der erfolgreichsten Tischtennis-Spieler in den 80er Jahren. Ich bin hier in der ersten Tischtennis-Spieler. Und diese, die kommt ja schneller. Und diese, die kommt ja schneller. Und diese, die kommt ja runter. Und dann hat er sich doch mal mit dem Vorhang probiert. Und dann hat er knapp dennoch ein paar Mal hintereinander beim Rückhandel den Kürzern gezogen. Und dann hat er noch ein paar Mal hintereinander beim Rückhandel den Kürzern gezogen. Ja, wenn die Rückhandel von Alexander den Großen nicht kommt. Ja, er ist noch nicht, der ist noch nicht. Neuer Spielstand, 3 zu 1. Vielleicht noch Lüge vom Fein. Und dann kommt er noch an den Kürzern. 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 Und dann kommt er noch an den Kürzern.